Meine Damen und Herren, auf diese Runde freue ich mich besonders. Sie wissen, dass es mir ein großes Anliegen ist, mich zu unterhalten mit Menschen. Und ein noch größeres Anliegen und vor allem der größere Spaß ist es, wenn man das tun kann mit Leuten, die etwas zu sagen haben und sich auch deutlich äußern. Und das tun meine heutigen Gäste. Ich darf herzlich begrüßen, von Ihnen aus rechts gesehen, von mir aus links gesehen, Katrin Kalvet, Chefin der Süddeutschen Zeitung für alles, was nicht Deutschland ist und noch in Europa liegt. Das habe ich so richtig verstanden. Mittel-Osteuropa, Vorsicht, aber ja. Mittel-Osteuropa. Die Deutschen müssen sich da vornehmen bei der... Aber, was man sagen kann, eine der wichtigsten Stimmen des Auslandes, wenn es um die Einordnung der wunderbaren Vorgänge in unserem Land gibt. Liebe Frau Kalvet, vielen Dank fürs Kommen. Zu meiner Rechten und zu Ihrer Linken sitzen zwei nicht ganz derselben Generation Angehörige. Fangen wir mit dem Jüngeren an, Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der Verfassungsgrott des Landes, Mitinitiator des Antikorruptionsbegehren. Und seit langem eine, kann man durchaus sagen, laute Stimme, wenn es darum geht, Vorgänge in Österreich, die nicht mit Moral oder Recht zu vereinen sind, lautstark zu kritisieren. Danke, Herr Professor, für's Kommen. Florian Skabel, endlich auch noch mit dem ich per Du bin, Chef und Dossier. Dossier ist eine unabhängige Rechercheplattform, rein userfinanziert, werbefrei, um diese Unabhängigkeit auch gewähren zu können. Ich bin selbst ein natürlich förderndes Mitglied. Und da sie hat sich darauf spezialisiert, auch investigativ zu arbeiten. Und da werden wir heute einiges hören. Frau Kalvet, wenn man jetzt so als halbwegs zivilisierter Mensch mit Ihrer Erfahrung, sozusagen nicht, dass Sie jetzt halbwegs zivilisiert werden, aber sozusagen als Arbeitshypothese, auf unser Land schaut und die Vorgänge der letzten Wochen. Schaut man dann ab und zu hinein, ob man sich tatsächlich in Wien befindet oder gerade irgendwo am echten Balkan sitzt, oder ist der Unterschied eh schon vernachlässigt? Ich habe immer leichte Probleme mit dem Vergleich mit dem Balkan. Ich höre immer dieses wunderbare Bon mot, der Balkan darf nicht Österreich werden. Sagen wir mal so, was zurzeit in Bosnien-Herzegowina passiert, ist auch nicht gerade unterhaltsam. Vergleiche sind schwierig, auch was in Ungarn passiert ist, nicht unterhaltsam. Insofern bleiben wir einfach mal bei Österreich ohne Vergleiche. Ich glaube, es hilft. Und auch der Vergleich zu Deutschland ist selten nützlich, weil einfach die Strukturen, der Föderalismus, die Diversität nochmal eine völlig andere ist als die gesellschaftliche. So, zurück zu Österreich, ich stelle fest zu meinem großen Leidwesen, dass ich oft sehr emotional werde, weil ich drauf schaue und gleichzeitig natürlich immer einen Schritt zurückgehen muss. Das erfordert meinen Beruf. Mir das aber selber sehr schwerfällt. Insofern, die Emotionalität, die ich den Vorgängen hier entgegenbringe, die bringe ich, sagen wir mal, Serbien nicht entgegen. Ja, Serbien hat aber letztlich auch unseren Thronfolger ermordet, Herr Mayer. Damit können wir schon was anfangen, oder? Dass man sagt, die Emotionen, die werden wir Sie auch haben, wenn Sie sich anschauen, was da passiert. Ich verstehe das kurz polarisiert. Wenn man ihn genau beobachtet, dann sieht man, dass er ganz anders spricht, als er handelt. Und das in einem sehr charmanten, freundlichen Ort, sehr zugänglich. Und jemand, der mit der Wahrheit eng verbunden ist, der wird aggressiv auf dieses Verhalten. Selbst Sie? Nein, ich bemühe mich, es nicht zu wehren, aber was mich mehr bedrückt, eigentlich als das Verhalten von Kurz, das haben wir schon gewöhnt, dass so viele Leute das nicht durchschauen. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis relativ viele ÖVP-Affine oder ÖVP-Angehörige, bis jetzt durchschauen die das nicht wirklich. Na, was sagen die? Na, das, was man halt so sagt, die Unschuldsvermutung gilt auch für Kurz, was ein ganz großer Blödsinn ist natürlich. Oder, weil er jung ist, die Sozialdemokraten haben einen Neid, weil sie sowas nicht haben. Das ist eine linke Verschwörung. Sie halten den Erfolg nicht aus. Muss der Herr Mayer sich andere Bekannte suchen, Florian, oder erlebst du dieses Phänomen auch? Ich erlebe es auch, aber nicht so ausgeprägt wie der Herr Mayer. Also vielleicht habe ich tatsächlich andere Bekannte. Ich habe einen anderen Umgang. Das sind überwiegend Juristen natürlich oder Mediziner auch. Das ist richtig. Bei mir sind es eher die Journalistinnen und Journalisten. Und das ist das, was mich emotional macht oder empört, ist, dass eigentlich diese ganze aktuelle Affäre ja ein Problem der Medien ist und eigentlich meinen eigenen Berufsstand darunter leidet und auch ein Glaubwürdigkeitsverlust im Journalismus stattfindet, weil hier offensichtlich etwas aufgebrochen ist, wo man sieht, es gibt Korruption zwischen dem politischen und dem medialen System. Und das ist das, was mir dann nahe geht. Es ist ja nicht aufgebrochen. Wir reden darüber und es ist eigentlich schon wieder weg. Ich habe immer das Gefühl, wir sind jetzt schon wieder in der nächsten Schleife. Es gab sozusagen zwei Wochen Window of Opportunity. Das muss alles anders werden. Wir müssen jetzt endlich die Reformen haben. Ein Symposium nach dem anderen, eine Podiumsdiskussion nach der anderen. Und jetzt, zwei Wochen später, sind wir eigentlich schon wieder sozusagen auf dem Weg nach unten. Es ist schon wieder ruhiger geworden. Die Parteien arrangieren sich wieder, weil es immer noch nach 10, 20, wie viel, 50 Jahren im Interesse von allen ist. Und meine Befürchtung ist, es wird so bleiben. Es gibt so viele Initiativen in dieser Richtung. Keine ist jemals was geworden. Warum sollte sie jetzt? Da muss ich Ihnen leider recht geben. Also das stimmt. Wir bei Dossier beleuchten ja dieses Thema Inserate und Korruption zwischen Politik und Medien über Inserate schon seit 10 Jahren circa. Und eigentlich hatte ich mir auch schon gedacht, das Thema könnte viel früher angepackt werden. Aber es gibt offensichtlich kein Interesse der Medien, der politischen Parteien, aber auch der Bevölkerung. Ich glaube, das Thema ist auch zu abstrakt, dass es die Menschen verstehen. Im Unterschied zum Ibiza-Video, wo man halt Figuren sieht, wie sie gefilmt werden und sich daneben benehmen, ist dieses Thema Inseratenkorruption ein abstraktes Thema, wo es eigentlich nur Gewinner gibt. Nämlich politische Parteien und Medien, die gewinnen und die Bevölkerung zahlt ihre eigene Desinformation über Steuergeld. Ihr habt euch das ja auch angeschaut, ob es empirisch nachweisbar ist, ein Zusammenhang zwischen Inseraten, Geldeinwurf der öffentlichen Hand und der Tonalität in der Berichterstattung. Wir haben uns das per se nicht angesehen, aber andere Medienwissenschaftlerinnen haben sich das angesehen. Oder da haben die, richtig, ja. Genau, es gab schon diese Studien auch um den Wahlkampf 2008 von einer Politikwissenschaftlerin, jetzt fällt mir gerade ein. Ihre Erden sind anonym. Genau. Und die haben das damals schon im Jahr für den Wahlkampf 2008 bewiesen, dass je mehr Anzeigen man in gewissen Tageszeitungen heute zum Beispiel oder Tageszeitung Österreich schaltet, umso besser kommen die Spitzenkandidatinnen weg. Und das sieht man jetzt, oder hat man jetzt auch gesehen für den 2017er Wahlkampf. Das Lustige ist in Deutschland, weil es ist undenkbar, dass man sagt, ja man gibt jetzt vom Ministerium dem Julian Reichelt oder wem anderen ein Geld. Es gäbe dieses ganze System ja überhaupt nicht. Es wurde jetzt ja letztes Jahr mal wieder überlegt von Altmaier Wirtschaftsministerium, ob man nicht doch mal für die Digitalisierung, für den ja inzwischen doch relativ kompliziert gewordenen Vertrieb, der ja lebenswichtig ist für Zeitungen vor allem, Fördermittel bereitstellt. Dann gab es so einen Streit darüber, wie, wie viel, wer, warum nicht. Und zum Schluss ist das Ganze wieder im Sande verlaufen. Und ich kann nur sagen, mir wird immer wieder der Vorwurf gemacht, ich würde die deutsche Medienlandschaft idealisieren, was wahrscheinlich stimmt. Und ich entschuldige mich hiermit schon im Vorhinein. Aber also eine Debatte wird zumindest in unserem Haus sozusagen andersherum geführt. Bei uns wird immer wieder in der großen Konferenz diskutiert, Achtung, sind wir zu einseitig mit einer Richtung, müssen wir unsere Meinungsvielfalt diversifizieren, laufen wir Gefahr so auszusehen, als würden wir eine Kampagne fahren und dann wird aber ganz schnell sozusagen, werden die Zügel wieder angezogen. Und hier habe ich das Gefühl, geht es ganz gerne mal in die andere Richtung, weil es sich eben aufgrund sozusagen der Gegenfinanzierung anbietet. Wir haben die höchste Parteienfinanzierung der Welt, Herr Mayer. Ich würde jetzt gerne noch ein Stichwort aufgreifen, das Sie geben, unkritische Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass man das Verhalten der Öffentlichkeit in dieser Inseratenaffäre damit begründen kann, dass das zu abstrakt ist. Wenn ich mich erinnere, nach dem Ibiza-Video war eine Woche später die EU-Wahl. Strache, Hauptdarsteller im Ibiza-Video, hat 44.000 Vorzugstimmen. Und die FPÖ hat praktisch nichts verloren. Also es geht auch, wenn es ganz konkret ist, den Leuten hinten vorbei. Ich glaube, es gibt eine unfassbare Gewöhnung an diesen Zustand. Ja, unglaublich. Weil Sie vorhin gesagt haben, es erstaunt sich, dass Ihre Freunde immer noch sagen, oder Bekannten sagen, viele, nicht alle, aber... Aber auch das ist ja sozusagen jahrzehntelanges Training. Und die ÖVP ist in der Nivellierung dieser Gegenargumentation oder der Argumentation unfassbar gut. Jetzt haben wir die höchste Parteienfinanzierung der Welt, haben pro Kopf die höchsten Inseraten ausgehoben, zumindest in Europa. Trotzdem gibt es dann die Notwendigkeit, dass man Parteien so finanziert, dass man wie im Falle von Frau Horten knapp unter der 50.000 Euro Meldegrenze in den Rechnungshof bleibt und halt auf 49.000 Euro pro Monat den Dauerauftrag das Taschengeld sozusagen begrenzt. Dann hat man Zuwendungen über Personal, das ist bis heute völlig üblich und normal, dass die Industriellenvereinigung politisches Personal von Parlamentariern in Brüssel bezahlt. Und trotzdem sagt keiner, naja, das sollte man jetzt irgendwie überlegen. Ist das einfach sozusagen ein Ausdruck des österreichischen Schlawinertums, dass man sagt, naja, gut, wenn wir dort waren, dann darf man das wahrscheinlich auch machen. Ist das tatsächlich wahrscheinlich so einfach, oder woher kommt diese Erklärung, oder die sind alle gleich, oder... Also ich glaube, dass in der Vergangenheit weder die SPÖ noch die ÖVP Interesse daran hatten, das zu ändern. Die waren beide beteiligt, waren beide Nutznießer, Täter und Nutznießer auch. Die Sozialpartnerschaft hat natürlich eine dicke Decke über das Land gelegt, weil die haben, die ÖVP und die SPÖ hatten im Parlament, glaube ich, über 90 Prozent der Mandate. Die Sozialpartner haben sich alles ausgehandelt und was die ausgehandelt haben, hat das Parlament beschlossen. Und das hat in der Bevölkerung offenbar den Eindruck erweckt, sehr wurscht, sie machen eh was wollen. Wenn es uns nicht schlechter geht als jetzt, dann passt das schon irgendwie. Ich meine, bei diesen gekauften Inseraten, die uns allen in die Tasche greifen, weil sie ja Steuergeld verwenden dafür, nicht Parteigeld, sondern Steuergeld. Das empört mich, und zwar seit ich mich erinnern kann, aber das ist den meisten... Und das Spannende ist auch, und das ist ein Unterschied zu Deutschland, in Deutschland ist es seit 1977 verboten, dass in Wahlkämpfen die Regierung verstärkt inseriert. Wir sehen das in Österreich, just in dem Quartal vor Wahlen, es ist meist das dritte Quartal, Juli, August, September, weil bei uns wird entweder Ende September, Anfang Oktober gewählt. Und just in diesem Wahlquartal greifen die Ministerinnen und Minister in die Steuergeldtöpfe in den Ministerien und schalten damit Inserate. Das ist in Deutschland verboten seit 1977. Damals haben das SPD und FDP gemacht und CDU und CSU haben dagegen geklagt und haben noch vom Verfassungsgericht auf Recht bekommen. Das heißt, was in Deutschland seit 44 Jahren mit einem Verfassungsurteil nicht mehr möglich ist, ist in Österreich gang und gäbe, wir haben just in dieser Zeit, wo es für Politikerinnen und Politiker um alles geht, dort brauchen sie das Geld und dort schießen die Ausgaben in die Höhe. Und nur noch ganz kurz, warum das so demokratiepolitisch heikel ist und unfair ist, weil die Opposition natürlich keinen Zugang hat zu diesen Steuergeldtöpfen in den Ministerien. Und was da dann noch quasi alles an den Rattenschwanz und anderen Problemen hält, dass man dafür bessere Berichterstattung bekommt, wie man jetzt gesehen hat, im Fall Hause Fellner. Aber auch, stellt sich auch eine andere Frage, normalerweise ist es so, dass private Unternehmen sich Rabatte ausverhandeln. Das heißt, ein Inserat kostet laut Listenpreis 10.000 Euro. Wenn eine Supermarktkette zu einer Anzeigenabteilung hingeht, werden der Rabatte verhandelt. 50 Prozent. Und das ist noch nicht genau untersucht worden und der Rechnungshof sollte sich das einmal auch anschauen. Wie hoch sind die Rabatte, die öffentliche Stellen? Null. Ich habe aus der eigenen Erfahrung, wenn ich etwas einkaufe für Kunden, da gibt es bestimmte Kunden, alle aus dem öffentlichen Bereich, die sind bei der Tageszeitung Österreich ganz klar eingeteilt in Rabattstufen. Und mir wurde gesagt, nein, bei dem Kunden, wortwörtlich, bei dem Kunden gibt es keinen Rabatt, der Rabatt ist im Heft. Also das ist nicht so, dass das jetzt besonderlich, also wir brauchen jetzt kein Interpretationsseminar wahrscheinlich zu halten, was damit gemeint war. Aber so läuft es und die öffentliche Hand, und das ist das Problem, nicht nur, wofür wird das Geld ausgegeben, sondern was bekomme ich dafür. Und wenn es jetzt so ist, dass es marktüblich, weil oft die Marktüblichkeit in der Juristereisatzung die Richtschnur ist, wenn alle anderen 40, 50 Prozent Rabatt bekommen, und einer nicht, oder die öffentliche Hand nicht, dann muss ja eine Gegenleistung anderer Natur erfolgen. Oder wer sowieso in der untere Welt wahnsinnig schlecht verhandelt hätte, oder nicht ausgeschrieben hat. Aber auch das ist akzeptiert. Wenn man in den deutschen Vergleich, nämlich um wieder zu Frau Kalbe zu kommen, wenn man ein Verbot macht, für Ministerien zu inserieren, muss man ja die Gegenfrage stellen, sozusagen, wenn Ministerien in einer Boulevardzeitung massiv inserieren, Wofür eigentlich? Das frage ich mich auch immer. Wofür? Das frage ich mich schon lange. Was ist das Kommunikationsbedürfnis, das erfüllt wird? Ich finde ja, das kann man alles nicht über einen, man kann es nicht über einen Kamm schieben. Natürlich gibt es ein berechtigtes Interesse an Informationen. Gehen Sie sich da und da impfen. Kaufen Sie das Klimaticket, es kostet für Early Birds so und so viel. Bla, muss ich euch nicht erklären. Es gibt natürlich, es gibt ein legitimes Interesse. Nur die Überschreitung des legitimen Interesses ist so massiv. Und das beste Beispiel dafür fand ich wirklich, es war so sinnfällig, die Werbung für das ökosoziale Steuerpaket vom Finanzministerium, was noch nicht mal beschlossen war und was natürlich mit türkisen Farben vom Finanzministerium in zahlreichen Medien beworben wurde. Das ist obszön, es tut mir leid. Also da frage ich mich auch dann, warum da gegen niemand klagt, weil das ist Veruntreuung von Steuergeldern, zumindest bevor das Ding beschlossen ist. Das sage ich jetzt mal. Vor allem erklärt sich ja nicht, warum gerade in Zeiten von Wahlen das Informationsbedürfnis so groß sein soll. Ich würde übrigens noch was anderes gerne einfügen, was mich auch immer beschäftigt. Und um den Topf noch ein bisschen aufzumachen oder den Deckel noch mehr zu heben. Ich finde, ich glaube, dass ein Teil des Problems dieser massiven Beharrungskräfte und dieses, wir gucken immer alle weg, auch daran liegt, dass in diesem Land die Ministerien, also die Regierungsarbeit ja so extrem durchsetzt ist mit Parteiarbeit. Das ist etwas, was mich auch immer fasziniert, dass die Generalsekretäre, die ja in der Regel politisch besetzt sind, parteipolitisch besetzt sind, Durchgriffsrechte haben beispielsweise. Oder dass natürlich die Pressesprecher parteipolitisch besetzt werden, aus den Niederungen der Partei kommen. Auch das, ein Ministerium in Deutschland würde sich im Medialfall, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich nie gefragt wurde, aber viele Kollegen, einfach prominente Kollegen holen, die dann für das Verkehrsministerium, für das Umweltministerium sprechen. Die sind aber nicht schon mit einem Parteibuch geboren. Und auch diese, das hat so eine Einbetonierung von Interessen zur Folge, die auch selten hinterfragt werden. Als ich das erste Mal vor Jahren dieses Knittelfelder-Buch las, Inside Türkis, der das ja ganz gut erklärt hat, wo, Klammer auf, ich immer noch rätzele, warum es das einzige Buch ist bisher, das wirklich in die Tiefen geht und auch ja nicht wirklich in die Tiefen ging, sondern, aber immerhin, so und der beschreibt das ja, wie diese Generalsekretärin reingeschoben wurden, gerade auch unter Kurz, um sozusagen diesen Apparat zu stabilisieren. Und auch das wird nicht, daran wird nicht gerüttelt und solange daran nicht gerüttelt wird, erhält sich der Apparat selbst. Naja, man hat ja die Bürokratie schwer beschädigt, nicht? Man hat ja unter dem Titel Abschaffung der Pragmatisierung, hat man die Sektionschefs und die Leitungsfunktionen befristet bestellt. Was heißt das? Wer wieder bestellt werden wird, wird die Hand nicht beißen, die die Unterschrift leistet unter seine Bestellung. Und ich halte das für eine Katastrophe, aber das hat man nicht sehen wollen, oder? Aber muss man fairerweise nicht umgekehrt sagen, früher hast du Situationen gehabt, wo wirklich absolute Dellos. Da hat es Mittel gegeben im Dienstrecht, da hat es Mittel gegeben, Leistungsfeststellung hätte man können machen, wurde nie gemacht. Ich glaube einmal im Jahr höchstens im Bundesdienst. Vielleicht muss man den Tag erwischen, an dem gerade in einmal im Jahr Leistung erbracht wird. Die Möglichkeiten bestehen, da hat man sie nicht genützt. Aber das heißt, diese Verpolitisierung der Kabinette, das ist ja in Österreich immer so gewesen, dass sozusagen ein rotes Minister das Land, das Schürzministerium seit 1986 in der ÖVP hat. Also Christian Hafenegger hat letzte Woche gesagt, wenn du das einmal umdrehst und ein bisschen schütteln würdest, da fiele einiges. Aber es geht ja nicht nur um die Kabinette, es greift ja quasi ins Personal, ins Bürokratie, in die Bürokratie hinein. Ja, aber die Verwaltung selbst. Aber dieses Kabinettunwesen hat begonnen, soweit ich mich recht erinnere, 1970 mit der Kreisgierregierung, die natürlich zum Teil tief schwarz eingefärbte Ministerien übernommen haben und gesagt haben, vielleicht kann man sich auf die doch nicht verlassen, vielleicht müssen wir da etwas dazwischen schieben. Aber das waren vier, fünf Leute, die die gehabt haben. Und jetzt haben die 20, 30 und noch mehr. Allein 56 hat das Social Media im Kanzleramt. Das ist mehr als Profil und News zusammen, wie man überhaupt Redakteure hat. Genau, und dann können wir natürlich hier sitzen und die ganze Zeit darüber jammern, dass sich nichts ändert und immer wieder feststellen, was wir ja alle immer wieder feststellen, wir Journalisten, es gibt sozusagen eine Win-Win-Situation, es gibt eine Einbetonierung der Parteipolitik. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Zum einen sind natürlich jetzt, denke ich, die Grünen in der Beweisnot zu sagen, wir spielen das nicht mehr mit, das geht ums Transparenzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, was auch alles zum Beispiel, was ist eigentlich aus dem, wir trennen uns im Finanzministerium vom Glücksspielgesetz und so geworden. Gute Punkt. Und dazu gehört natürlich auch dieses Medientransparenzgesetz, was die Neos jetzt eingebracht haben. Ich bin gespannt, ob das die Grünen mitbefördern. Das ist das eine, das zweite. Rechnungshof, Kraker, die jetzt ja das Parteienfördergesetz, so heißt es nicht, aber Parteienfinanzierungsgesetz, Reform eingebracht hat. Großartig. Ich habe mir das überflogen. Habe gedacht, endlich mal jemand, der hands-on sich wirklich damit befasst. Ich bin gespannt, ob jetzt auch die ÖVP, die sagt, wir machen alles neu, sich darauf festlegen lässt. Ich muss den Optimismus dämpfen. Ich war der Frau. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben ja bei diesem Volksbegehren 72 Fragen an alle Parteien gerichtet, ob sie dem und dem zustimmen. Nachdem der Kurz als Erster gesagt hat, da ist sehr viel Gescheites drinnen und das ist gut, da haben alle anderen Parteien auch gesagt, ja, das ist sehr super. Das waren die ersten beiden Unterstützer, Andreas Hanger und Sebastian Kurz. Ja, genau. Also wir haben 72 Fragen an die Parteien gerichtet. und unter anderem war eine, dass man die Beweismittelunterdrückung im Untersuchungsausschuss so strafbar erklärt wie bei Gericht. Ganz einfache Sache. Die NEOS haben einen Initiativantrag eingebracht, der wurde von den Grünen und von der ÖVP einmal aufgeschoben. Man muss das noch vertieft beachten. Ich weiß nicht, was man vertieft beachten muss. Wenn dort steht, Untersuchungsausschuss des Nationalrats, geht das selber wie bei Gericht. Ist nicht so kompliziert, oder? Nein. Wie ist es mit Strafeneränderungen und der Strafeneränderung, weil die Kollegin Kahlberg sagt, Parteiengesetz. Ich meine, du hast ja jetzt bei den Wahlkampfkosten das Spiel, das 2017 getrieben wurde, war ja 7 Millionen Grenze, 13 Millionen ausgegeben, 600.000 Euro Strafe. Wird eingepreist. Ich meine, das ist das beste Geschäft überhaupt. Kann man nicht eigentlich hergehen und sagen, Entschuldigung, Wahlen sind das Hochamt der Demokratie. Also wir haben hier nichts Höheres. Haben wir nicht. Also gibt es nicht. Wenn ich das manipuliere, ich frisiere Umfang, ich kaufe Berichterstattung, ich überschreite die Wahlkampfkosten massiv und verschaffe mir dort nona net einen massiven Vorteil im Vergleich zu meinen Mitbewerbern. Da müsste es eigentlich für die verantwortlichen Gefängnisstrafen gehen. Ja, bin ich auch der Meinung. Das ist ein Tiefschlag in die Demokratie, wenn man das im Wählerbild verfälscht. Also Frau Krakert hat das vorgeschlagen, wenn ich mich nicht täusche, jetzt nicht bei Wiederholung, im Wiederholungsfall, aber die Strafen massiv hochzulegen, das Hineinschauen zu erleichtern, damit natürlich auch die Nachvollziehbarkeit zu erleichtern, etc. Wäre ja schon mal ein Anfang. Und natürlich die Tatsache, dass die Bilanz 2019 in der ÖVP immer noch nicht fertig gelesen ist, spricht für sich. Ja, weil es daher darum geht, was rechnest du als Sachleistungen in einen Wahlkampf hinein. Und wenn die Gewerkschaft zum Beispiel Veranstaltung für Christian Kern gemacht hat, war das genauso unzulässig, wurde ja festgestellt vom Senat im Kanzleramt. Richtig, ja. Zurecht, wie ich finde. Und genauso ist es wiesend, dass jetzt, wenn der Herr Kurz Wahlkampf macht und wie ist das mit den Agenturen, die im Ministerium Aufträge bekommen, haben die dann diese Leistungen auch an die Partei verrechnet oder gab es hier sozusagen unbare Gegenleistungen? Das sind doch die Dinge, die man anschauen muss. Zweifelsfragen werden immer auftauchen, aber unser System ist wesentlich zu stumpf. Das gibt da keine Frage. Was müssen wir machen? Ja, Strengelstrafen zum Beispiel. Und viel mehr Transparenz. Also nicht nur, dass der Rechnungshof und die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshof da reinschauen dürfen, sondern vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger. Nehmen wir Beispiel Schweden, wo man quasi eigentlich in die SMS-Kommunikation eines jeden Bürgermeisters oder einer jeden Bürgermeisterin darf hier quasi, wenn das eine dienstliche Kommunikation ist, jede Journalistin, Journalistin darf sich das vorlegen lassen. Was die übere Diensthandys, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen, hier kommunizieren. Ob es hier Absprachen gibt bei der Flächenwidmung eines Grundstücks, et cetera, et cetera. Die Frage ist, was hat die Öffentlichkeit mit zweieinhalbtausend Fotos von Herrn Schmidt für einen Erkenntnisgewinn gehabt, wenn die öffentliche Einsebra gewesen wären? Das stelle ich mir sehr lustig vor. Die haben am Diensthandy nichts verloren. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das, was da jetzt rausgekommen ist, Kommissar Zufall zu verdanken ist. Beziehungsweise Heinz-Christian Strache zu verdanken ist, et cetera. Wäre Ibiza nicht passiert, hätte man nicht in diese Chats hineingesehen, hätte man nicht gesehen, hoppala, da wurde eigentlich eine Wahl mit, so wie du es aufgezählt hast, manipuliert, oder zumindest versucht zu manipulieren. Wie geht es jetzt eigentlich weiter zum Beispiel mit dieser Gesetzesvorlage? Geht das jetzt, das geht ja nicht automatisch in die Begutachtung zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Parteiengesetz sind, sondern das kann man sich anschauen, kannst zur Seite legen, sagen, nice try, oder wie? Das ist jetzt, wenn wir einen Ausschuss einbringen, ne? Das ist ja die Regel. Sozusagen, das ist jetzt im Ausschuss zugewiesen. Mir hat einmal ein berühmter Verfassungsrechtler namens Heinz Mayer gesagt, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, als ich ihn gefragt habe, wie ich das formulieren muss beim Abfangen gegen Volksbegehren. Nein, es muss eindeutig sein. Okay, gut, hätte ich auch mal einschreiben sollen. Das Volksbegehren läuft jetzt und fordert ja sozusagen von Ende der Inseratenkorruption über Cooling-Off-Fasen, wenn man öffentliche Ämter hat, so gut wie alles, was es braucht, um Österreich sauberer zu machen. Die typische österreichische Reaktion ist darauf immer, wir finden das ganz klasse, was du machst, Heinz, das ist ganz toll, aber wir warten eh dafür, aber er oder sie, so ungefähr, das geht nicht. Ist das bis jetzt die Erfragenshaltung? Also alle Oppositionsparteien und die Grünen haben bei fast 90 Prozent unserer Fragen zugestimmt. Sie sind grün. Also ja, dafür sind sie. Die einzige ÖVP hat glaube ich nur zwei Fragen. mit Ja beantwortet, alle anderen G11 schauen wir einmal. Was ernsthaft? Man weiß ja was in Wien, das heißt. Von wie viel von? Von 73. Von 73, zwei? Man kann das auf der Homepage nachschauen, das ist alles publiziert. Auf unserer Homepage. Antikorruptionsbekämpfung. 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 Ja, genau. Ist das auch ein Indiz dafür, dass die Einsicht bei der ÖVP, Frau Kahlwirt, das reifen muss, dass man, wenn es nicht Game Over ist, zumindest in der Nähe davon ist, wenn man nur zwei von 72 Fragen, der wohl führenden Verfassungsrechtler, Korruptionsbekämpfer, Martin Kreutner ist bei euch im Volksbekämpfung. Ja, das ist der Führende. Der Führende. Der Führende. Ja, zwei Führer sozusagen. Mayer, Gartner ist super. Das ist doch, da fällt es doch an Einsicht. Naja, nur noch eh, wie der Österreicher sagt. Ja, natürlich. Also die Frage ist ja nur, gibt es so etwas wie eine Realitätsverweigerung? Gibt es tatsächlich, oder gibt es vor allem eine Bunkermentalität und überlagert sich das? Das ist mein Eindruck. Dieses Gefühl, Sie haben uns jetzt unseren schönen Erfolg weggenommen. Wir waren doch gerade auf der Gewinnerstraße und Basti hat es alles so großartig gemacht. Und jetzt müssen wir uns für Zeugs rechtfertigen. Und das Zeugs ist teilweise üble Nachrede, teilweise völlig aus dem Zusammenhang gerissen, teilweise völlig überzogen und vor allem leider wirklich ärgerlich, weil es uns die Macht kosten könnte. Und ich kann natürlich da nicht reinschauen. Ich sehe jetzt gerade die Anzeige gestern in Tirol, in der Tiroler Tageszeitung von diesem Arbeiterkammerchef, ÖVP immerhin, der von einem österreichischen Putsch spricht so nach dem Motto, das ist jetzt doch noch der nächste Gedankens- oder Rechtfertigungsversuch, wir wurden überrannt, wir konnten nichts dafür. Das finde ich besonders charming. Also es gab in der ÖVP einen türkischen Putsch. Ich glaube aber auch, dass sich diese Sichtweise nicht durchsetzt, sondern dass sich diese Bunker-Mentalität, die wollen uns unseren schönen Erfolg wegnehmen, sehr, sehr, sehr lange halten wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht in letzter Konsequenz sich auch an diesem Punkt, nicht nur bei der ganzen Debatte um die Inserate, so eine Art, naja, jetzt sind wir schon wieder in der Normalität, jetzt machen wir mal weiter, Dings entwickelt. Und dann kommt der Salzburger Landeshauptmann, kritisiert die Kritiker und sagt, die tragen die Moral wie eine Monstranz vor sich her. Unter dem Baldachin. Ja, unter dem Baldachin. Also erstens einmal ist der Vergleich Monstranz für einen Salzburger nicht wirklich passend, glaube ich, wenn er das so sagt. Und dann denke ich mir, das war doch eigentlich jemand, den man ernst nehmen konnte bei der ÖVP. Ja, Vergangenheitsform. Ja. Naja, aber selbst der ist zu solchen Äußerungen bereit, in der Situation. Ist er nicht auslustig? Da lügt der Kurz die eigene Partei an, indem er Umfragen frisiert, die den Parteiobmann schlecht machen. Attackiert den Parteiobmann, während seine Tochter schlagen. Attackiert den Parteiobmann, verhindert, dass der erfolgreicher wird, sondern halt den noch nieder, frisiert Umfragen oder lässt Umfragen frisieren, die den noch niederschreiben. Täuscht die eigene Partei und den Parteiobmann und den Wähler. Und das ist alles wurscht. Ich glaube, von außen gesehen, aber ich verstehe zu wenig von der ÖVP, ich kenne sie nicht wirklich, habe ich immer den Eindruck, dass da die Angst vorherrscht, dass unter Mitterlehner Kern so eine, wir rücken in die Mitte, es gibt eine linksliberale Achse, Kinderbetreuung, Rechtskindergartenanspruch, yes, das machen wir, wo kommen wir denn da hin, Bildungsreform, wo kommen wir denn da hin, also diese... Ein geiles Programm, wird Thomas Schmid, ne? So, genau. Und das hat so ein bisschen was von dieser Merkelisierung der CDU, die ja auch in der Union viele nicht gutierten, weil sie gesagt haben, das rückt uns jetzt in die Mitte, wir verlieren den rechten Rand, wir verlieren sozusagen das nationale Konservative und gerade die Haslaus, die Platas, diese Landeshauptleute, die ja aus einem sehr konservativen Topf immer ihre Klientel geholt haben, die haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, da rückt etwas nach links, was mit ihnen nichts mehr zu tun hat und diese Verhinderung war möglicherweise schon damals in ihrem Sinne und ist es jetzt immer noch. Also Platte und Haslau würde ich nicht... In einen Topf werfen? Nein. Okay. Der eine ist Jurist, der andere ist nur Kiberer. Das ist Standes. Nicht nur. Aber Haslau war eigentlich ganz Senior gewesen. War schon ernst zu nehmen. Der Politiker. Der Vater bereits Landeshauptmann gewesen. Er selbst. Verdient. Kam auch glücklich an die Macht durch einen Skandal, muss man ehrlicherweise sagen. Nach Gabi Burgstaller. Aber selbst die, die haben ja in Wahrheit, es gibt ja das, Sie sind mehr Lateiner als ich, Herr Professor, aber dieses, des Verschuldens, Auswahlverschulden, Kulp in Elegendo. Kulp in Elegendo, genau. Die haben mir den ausgesucht. Die haben mir den ausgesucht. Die haben mir wie einen Heiland sozusagen. Und gesagt, der richtet jetzt alle Probleme, weil der kann, der sitzt da. Aber wer konnte denn das jemals glauben, bitte? Dass das stimmt. Das stimmt. Das ist doch Geschichtsklitterung. Ich führe jetzt hier sogar das große Wort, Entschuldigung. Aber der war 24, als er Staatssekretär wurde. Und er wurde von Spindelägger damals ausgesucht. Er saß da in seinem Büro, im 4. Stock, war freundlich zu jeder Putzfrau und wurde, was ich jetzt nicht ironisch meine, sondern wirklich, er war damals wirklich wahnsinnig rührend im Umgang mit seinem Personal und wurde von den Grünen und von allen anderen irgendwie als liberaler Reformer gefeiert. Aber eher nicht von der eigenen Partei. Da waren die Widerstände massiv. Und er hat doch im Grunde letztlich in einer Art von, und insofern ist es von dem Putschwald gar nicht so falsch, mit seiner Klick, wie man in Österreich sagt, schon und der Unterstützung aus konservativen Parteikreisen im Grunde seine Macht erweitert, seinen Einfluss erweitert. Das war doch nicht so, dass da plötzlich alle hinter mir riefen und seit der 6. oder 27. riefen, der Mann ist großartig. Ich meine, das ist ein Weg von Jahren gewesen, in denen er auch wirklich dazugelernt hat und man muss es ja leider auch sagen, mit seinen Techniken gut war. Ja. Wir hätten einen Psychologen einladen sollen, weil ich denke mir immer, wenn jemand sich ins Fernsehen setzt und so faktenwidrig, Sie haben es eh, das Wort einfach benannt, wie wir es nennen, nämlich lügt. Das musst du ja können. Also ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ist kein Problem für mich, ich kann jeden Tag ins Fernsehen gehen und erzähle ich eine Lüge und dann fordere ich noch dazu, als Spitze der Heuchelei, wir haben einen neuen Stil, wir wollen andere nicht anpatzen und es ergibt sich ja jetzt durch die Veröffentlichung sozusagen nicht ein leicht anderes Bild, sondern das absolute Gegenteil. Richtig, ja. Wie muss man, ich frage mich immer, wie man persönlich gestrickt sein muss, dass sich das ausgeht. Ich glaube, das ist ein Phänomen. Also ich kann schon Leute gut lügen können, aber in der Konsequenz und in der Härte, wie er das kann, das kann ich nicht. Tatsächlich nie so untergekommen? Nein. Na jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist ja permanent. Ja, aber das klingt jetzt so, als wenn das alles unfassbar diabolisch gewesen wäre. Das sind gute Machttechniken, gut gelernt, gute NLP-Techniken, gut aufgesagt, schlau ist er auch. Also gutes Training, würde ich sagen. Kann man sich so einfach machen? Wenn ich nur kurz jetzt, was ich im Kopf habe, 18 Milliarden Steuerentlastung, wo damals jeder gesagt hat, ja, vielleicht gehen sie mir 8, aber 18 Milliarden, dann die Freiheitlichen sind raus mit 14, dann kurz mit 18. Wir müssen das Pensionssystem unbedingt reformieren für die Jungen, sonst kriegen die Jungen keine Pension mehr. Wir müssen schauen, dass wir mit den Rechnungshofstärken, als es diese Kooperationsgespräche mit Irmgard Gries und Matthias Strolz gab, über gemeinsame Wahlplattformen. Wir müssen die kalte Progression abschaffen, wir müssen den Wirtschaftsstandort stärken durch Abbau von Bürokratie etc. All das, was diese Leute sich ja erhofft haben, viele davon, jetzt sage ich mal nicht die, die plumpen Ausländerhasser, sondern die, die sagen, ja, Österreich ist super groß, da muss man jetzt einmal reinfahren. Das wurde ja von allen Dingen am meisten überhaupt nicht diskutiert bis jetzt, dass hinter der ganzen inhaltlichen Ansage ja nichts anderes war als Luft. Aber das müssten ja zumindest die Parteigranten der ÖVP verstanden haben. Die müssten das durchsehen, oder? Denen wird es wurscht, solange die Umfang passen. Naja, die werden auf den Zweifel sagen, dann kam die Flüchtlingskrise dazwischen, dann kam die Corona-Krise dazwischen, was ja auch durchaus sachliche Argumente sind. Also ich meine, die großen Entlastungen, die großen Reformen sind nicht nur in Österreich in den letzten Jahren, vielleicht hier etwas mehr, weil es gut geübt ist, aber die großen Reformen sind in anderen Ländern ja auch aufgeschoben worden. Man hat ja auch im Grunde erst mal sich selber dafür beieinander bedankt, dass man einigermaßen durch diese zwei Krisen gekommen ist, egal wie man die nun bewertet. Die Flüchtlingskrise ist nochmal ein anderes Thema. Die wurde eh immer wahnsinnig aufgebauscht. Aber das waren natürlich auch Themen, die alles andere verdrängt haben. Nein, aber die Krisenkommunikation in der Corona-Zeit, die war doch vielleicht in den ersten vier Wochen, hat man gesagt, okay, das ist jetzt notwendig. Aber dann hat man doch gemerkt, das wird alles benützt, um Marketing zu machen. Und zwar von allen Beteiligten? Von allen Beteiligten. Der Innenminister kommt mit der Flex, kündigt der martialisch an, der Kanzler... Einen schon mal kam mit ungeflexten Zetteln jede Woche. Der Kanzler sagt... Pandemie ist gemeistert. Pandemie ist gemeistert. Und dann... Unglaublich. Das war alles falsch. Sputnik ist bis heute nicht da. Brauchen wir eine. Wurde angesagt. Ja, aber ein bisschen Hetzen gegen die EU gleichzeitig. Impfstoff-Basar und so weiter. Und wir haben sich mit dem grünen Pass auch schneller als die EU. 14 Tage schneller waren wir, aber er hat nicht funktioniert. Also waren wir dann doch wieder mit der EU. Und dass diese inhaltlichen Versprechen nicht als das, wo das heiße Luft quasi auch wirklich bezeichnet werden und bei den Menschen, bei den Wählerinnen und Wählern ankommt. Ich meine, wir reden jetzt hier und wir konsumieren alle irgendwie Qualitätsmedien etc. Aber die breite Bevölkerung hat das vielleicht noch nicht so verstanden, dass es wirklich hier um heiße Luft gegangen ist. Dass das alles Marketingmechanismen sind, weil die Information einfach von diesen drei großen Boulevard-Medien, die erst recht wieder eingekauft ist. Aber ich nehme da auch den Öffentlich-Rechtlichen in die Pflicht, weil hier quasi darüber nicht ordentlich berichtet wird und hier in die Tiefe gegangen wird und das, als nämlich diese heiße Luft quasi einfach aufgezeigt wird. Ja, der ORF hat ein bisschen Verlautbarungsjournalismus betrieben. Die Zeit im Bild 1 mit Hans Bürger war eine Satire-Sendung. Ja. Also die Analysen von Hans Bürger, wenn du das in einem Journalismus-Seminar herzeigst, dann musst du zuerst darüber schreiben, don't. Ganz groß wahrscheinlich. Und gerade damit das, weil es eingangs gefallen ist, damit das eben nicht alles verhaltet, was jetzt in dieser Inseraten-Affäre eigentlich publik geworden ist. Eigentlich wäre das Korrektiv in der österreichischen Medienlandschaft, wenn es strukturelle Korruption im Print-Medienmarkt gibt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich behaupte jetzt mal, wenn es in Deutschland so eine... Dazu wäre er da. Wenn es in Deutschland im Print-Medienmarkt so eine Korruption geben würde, würden die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender auf den Barrikaden sein und immer wieder darüber berichten. Bei uns kommt es im Öffentlich-Rechtlichen vor, wenn einmal die Werner-Feymann-Inseraten-Affäre zum Staatsanwalt wandert oder jetzt zum Staatsanwalt wandert etc. Dann wird dann kurz darüber berichtet. Aber dieses strukturelle Problem, das über die Jahre besteht und so weiter, das verschwindet dann wieder aus der Berichterstattung. Ich würde gerne noch eine Idee einbringen. Also wir im Grunde brainstormen ja nur eigentlich, wie konnte das passieren die ganze Zeit und werfen jetzt eigentlich Ideen in den Topf. Ich würde noch eine Idee gerne in den Topf werfen, nämlich Kurz hat ja im Grunde nicht nur die Pandemie zu seiner Sache gemacht, sondern er hat im Grunde Politik zu seiner Sache gemacht. Er war unfassbar viel präsent aus einer Mischung aus Eitelkeit und weil es gut funktioniert hat und weil die Leute ihn gerne gesehen haben und weil er in der Partei der Einzige war, der es durfte, konnte, wollte. Und weil die Konkurrenz sich zu Tode geärgert hat. Frau Merkel zum Beispiel ist selten irgendwo, die ist einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz und ansonsten gibt sie, weiß ich nicht, zweimal im Jahr größere Interviews. Ansonsten hat die machen lassen, ja. Und hat relativ viel delegiert und hat das auch sehr bewusst getan. Hier war diese Konzentration auf einen jungen, hübschen Mann, der sozusagen uns die Welt erklärt hat, alles an sich gerissen hat und immer wieder den Eindruck erweckte, jedes Mal aufs Neue, alle zwei Wochen, er wisse, wie es geht. Auch das ist natürlich eigentlich eine Überwältigung, eine psychologische und eine Vereinnahmung, die auch nie wirklich hinterfragt wurde, weil alle haben sich immer an ihm abgearbeitet oder über ihn begeistert. Aber dass dahinter natürlich auch eine extrem kluge Taktik steht, nämlich alles auf eine Person zu fokussieren und alles andere bleibt im Schatten. Ich meine, wir machen immer Witze über Frau Tanner und über Frau Graab und so, weil sie möglicherweise nicht immer inhaltlich kompetente Interviews geben. Aber im Grunde sind diese Ministerien, abgesehen von persönlichen Scherzen und Mimes, in ihrer Arbeit doch weitgehend unbeachtet geblieben. Ja, ich weiß nicht, ob das sehr klug war. Was passiert, wenn diese strahlende Figur weg ist? Das versuche ich auch gerade zu sagen, aber es hat so lange funktioniert, wie es funktioniert. Und jetzt ist sozusagen die... Aber bei Haider war es wurscht, im Nachhinein gesehen. Da haben wir auch alle gesagt, dass der Haider gegen die Wand fuhr. Da ist der Strache gekommen. Dann kam Strache. Dann kam der Strache. Das ist wieder das Spannende, wie es mit der ÖVP weitergeht. Die ÖVP wird sich ja den Kurz wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Denn jetzt droht das Strafverfahren. Also da ist die Zukunft nicht sehr lustig. Ob sie eine Alternative finden und was Kurz dann macht. Ob der die ÖVP spaltet oder ob er am Rand bleibt, wo er ausscheidet aus der Politik. Wie die ÖVP umgeht mit dem Ganzen. Das kann eine Chance sein. Das kann aber auch natürlich nach hinten losgehen. Was glauben Sie? Ich weiß nicht. Ich kann die ÖVP zu wenig beurteilen. Was wünschen Sie sich? Dass die ÖVP eine integere Persönlichkeit findet, die ein gewisses Auftreten hat in der Öffentlichkeit und in der Lage ist, eine Regierung zu führen oder zumindest in einer Regierung eine maßgebliche Rolle zu spielen. Ich glaube, man kann sich nicht wünschen, dass die ÖVP verschwindet. Das wäre, glaube ich, kein guter Weg für Österreich. Opposition wäre mal okay vielleicht. Opposition ist okay, natürlich. Dringend notwendig wahrscheinlich. Im Moment wäre es wahrscheinlich angezeigt. Und trotzdem wird sich dann bei den Inseraten nichts ändern, weil nach der Feinmann-Kiste hat sich auch nichts geändert. Im Gegenteil, von der Feinmann-Zeit bis heute wurden die Ausgaben ja vervielfacht. Wir haben ja jetzt mit diesen 210 Millionen, also glaube ich, das ist ja etwas, das ist, ich meine, das sind drei Milliarden Schilling in echtem Geld, wie man bei uns in Österreich sagt. Manche. Aber das ist ja unfassbar, nur das wird sich nicht ändern. In Statt Wien sagt man jetzt schon, naja, da gibt es ja eine Medienstrukturanalyse, das wird alles fair verteilt. Gibt es eine Chance, dass sich jetzt etwas ändert, oder wirst du in zehn Jahren auch noch da sitzen, dann sozusagen von der HVB angeglichen an den Professor und sagen, na damals kannst du dich erinnern, wie wir da gesessen sind, an der Verfassungsrechtsockenroll-Professor und die sind nichts geändert. Also ich bin vom Grund auf einmal optimistischer Mensch, das heißt, ich sage einmal, ja, es wird sich etwas ändern, aber es sind dicke Bretter. Vor allem, weil es ja nicht auf die Bundesregierung beschränkt ist, sondern auch die Bundesländer trifft und eigentlich sind vom Wiener Bürgermeister bis zum Vorarlberger Landeshauptmann, die ja im Wesentlichen die Inseratensuppe auf Landesebene ähnlich kochen, wie auf Bundesebene. Das System ist so weit verzweigt und das geht ja hinunter bis zur Imkerzeitung oder wie auch immer. Wallstaff, oder immer. Genau, es sind ja nicht nur die Politikerinnen, sondern auch die Medienmacherinnen, die aktiv quasi um Inserate keilen und auf jene Menschen, die Geld zu verteilen haben, zugeben und sagen, gib uns doch ein Inserat, damit wir unseren Journalismus oder unser Medium, sagen wir besser so, finanzieren können. Und ich glaube, es kann sich nur dann etwas ändern, wenn es wirklich eine Medienförderung gibt, die an Qualität gemessen wird und die nach oben geht und mehr, höher dotiert ist, da kann sich etwas ändern und dass man einfach wirklich fordert, für jene Medien, die das Mediengesetz oder medienethische Grundsätze brechen, die sollten kein Steuergeld kriegen. Egal, ob es für Inserat oder für Medienförderung ist, wenn ich hier quasi mit meiner Medienarbeit einfach Grenzen überschreite, dann kriegst du kein Steuergeld. Das sollte eigentlich auch für mich Basis sein. Ich habe meinen Optimismus verloren. Ich glaube, es wird sich nichts ändern, wenn nicht ein gewaltiger Druck aus der Öffentlichkeit kommt. Und der kommt nicht, fürchte ich. Weil die Öffentlichkeit ja sozusagen direkter Nutzen ist, in diesem Wechselspiel ist. Eh, wurscht. These, war immer so. Warten nicht die Politiker in Wahrheit darauf, dass man das tatsächlich einmal gescheit gesetzlich regelt, weil die, warum inserieren Politiker im Boulevard, weil sie sonst umgebracht werden. Die Gegenthese gibt es ja, die Stadt Wien hat inseriert und der Renate Brauner, wie wahnsinnig, und die Renate Brauner wurde mit Meuchl-Fotos in der Kronenzeitung trotzdem über... Weil es zu wenig Zeit hat wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber kann es nicht sein, dass die Politiker in Wahrheit die größten Gewinner wären, wenn man die Inseratenkorruption abdreht, weil sie dann nicht mehr das Gefühl der täglichen Erpressbarkeit haben? Halte ich für eine steile These, weil es funktioniert ja leider auch trotzdem, selbst wenn es keine Inseratenkorruption gibt, siehe Bild-Zeitung, dann gibt es halt andere Methoden der Erpressung. Wenn du nicht mit uns ein Exklusivinterview machst, dann zeigen wir die Fotos von dir mit deiner Freundin, die wir gestern im Restaurant geschossen haben. Also ich glaube, das funktioniert immer und auch. Überall, nicht immer mit kriminellen Methoden, aber dann eben mit etwas subtileren. So subtil ist das mit dem Foto-Beispiel? Nein, nein, nein. Bestimmt, aber so funktioniert es halt. Es ist ja völlig billig und bekannt und alle Politiker haben immer Angst davor von... Aber wir reden ja auch hier von Boulevardmedien. Wir müssen ja auch darüber reden, dass es im Grunde drei ganz große Boulevardmedien gibt mit ein paar Ablegern ins bürgerliche Lager hinein, die auf einem bestimmten Ticket fahren und die nicht kritisch berichten. Oder wenn dann nur sozusagen lustvoll kritisch berichten. Und das hat natürlich auch mit der Inseratenkorruption zu tun, aber auch unabhängig davon mit der ganzen Struktur einer Medienlandschaft, die mit diesen Gratiszeitungen, die ja eher Altpapier ist als sonst was, aber doch natürlich die Köpfe flutet. Und das Zweite, was mich etwas mutlos macht, ist, ich habe vor ein paar Tagen im Falter diese spannende Reportage über die junge ÖVP gelesen und dann höre ich von Freunden, deren Kinder auch bei der Schülerunion sind, wo es ähnliche Tendenzen gibt, dieses Sektenartige, dieses Backwahn in Wien sozusagen, was da funktioniert, im Grunde dieses erleuchtete Wir folgen unserem Anführer und wir stellen keine Fragen-Ding, das ist natürlich auch eine Erziehungsfrage. Also sozusagen die Lust am Anarchismus bei den unter 20-Jährigen suche ich hier bisweilen auch vergeblich. Darf ich noch einen Punkt zu den Inseraten sagen, weil es eben so vielschichtig ist. Es gibt ja schon noch Inserate, die auch zur Parteienfinanzierung verwendet wurden und vielleicht noch immer werden, weil es gibt parteiennahe Zeitungen auch oder parteiennahe Verlage auch, wo, wie wir auch in unseren Recherchen gesehen haben, hier an dem Medientransparenzgesetz vorbei Inseraten in Form von Beilagen an parteienahe Verlage geschoben werden. Das sieht die öffentlich gar nicht, weil es nicht vom Medientransparenzgesetz erfasst ist. Und das heißt, diese Inserate spielen auf so vielen Ebenen, da geht es nicht nur um Käuflichkeit der Berichterstattung, sondern da geht es zum Teil dann auch um Parteienfinanzierung, illegale Parteienfinanzierung. Und wir reden jetzt quasi in der aktuellen Affäre, reden wir über diese gekauften oder mutmaßlich gekauften Studien mit mutmaßlichen Scheinrechnungen. Das Tolle ist bei Inseraten, du kannst immer irgendwie einen Kommunikationszweck argumentieren, und damit hast du aber... Nun zur Gegenleistung belegt. Genau, und du kannst sagen, wir mussten den Pensionisten erklären, dass sie ihre Pension bekommen, weil ein paar es vergessen haben. Man kann irgendwie immer versuchen zu argumentieren und das Schöne an dem Inserat ist, man hat für jedes Inserat eine Rechnung. Man braucht sich gar nicht mehr wie bei diesen getürkten Studien oder bei diesen Studien Scheinrechnungen ausdenken, weil du hast quasi alles belegt und ein Kommunikationsziel, ein Notwendiges, dass die Stadt Wien Freibäder hat oder... Dass die aus von der Straßen noch Salzbäder baut und so weiter. Dann die überraschendsten. Wunderbar. Über die eine neue Lok gekauft haben. Ja, aber das musst du wissen. Also das ist, ich glaube... Und das Schlimme ist, dass die Medien nicht dagegen halten. Dass sich die Medien hier vor den Kahn spannen lassen und dass es die drei großen Boulevardzeitungen machen, ist eh klar, aber das geht ja darüber hinaus. Wir brauchen wieder sowas wie das ORF-Volksbegehren in den 60er Jahren. Ja, aber jetzt macht es ja eher gerade ein Volksbegehren. Aber wie läuft das eigentlich? Bitte? Es läuft nicht gut, oder? Oh ja, es läuft nicht schlecht. Oh ja, es läuft gut, ja, ja. Es ist ja jetzt nur in der Phase, wo man erst... Unterstützt. ...zure Einleitung, Unterstützung... Also wir haben fast 70.000 Unterstützung. Auch 8.800... Die haben wir nachher, glaube ich, 6 Stunden gehabt. Und dann kannst du einleiten, ne? Ja, ja. Wann du einleitest, ist gesetzlich nicht geregelt. Wir werden das einleiten wahrscheinlich Anfang Dezember, so um den 9.10. Und dann brauchen Sie was? Gibt es einen Termin innerhalb von 6 Monaten, eine Eintragungswoche festzulegen? Genau, ja. Damals, als ich gegen die Abfahrt gekämpft habe, war es zufälligerweise... 9.10. ist der Antikorruptionstag weltweit und das ist ein schöner Tag. Wir haben einbraucht, auch im Dezember oder Jänner und wir haben dann den Termin bekommen, 29. Juli bis 5. August, die Woche, wo statistisch gesehen am wenigsten Menschen im Land sind. Ja, damit müssen wir natürlich auch rechnen. Das sind auch so Dinge bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, dass man Volksbegehren kann, man jetzt online mit Bürgersignatur, mit Handy unterschreiben. Unterstützungserklärungen bei Wahlen für antretende Parteien nicht. Da muss man in Österreich noch immer aufs Amt gehen. Das sind ja auch Dinge, wir müssen, deswegen die Analogie zum UF-Volksbegehren, und dazu gleich geht es ein bisschen, das Fenster aufmachen. Richtig. Und eine frische Luft einlassen. Und da müssen die Alten genauso mithelfen. Die Alten, ja. Stimmt schon. Naja, aber ich will höflich sein. Zumindest, solange Leute zuschauen. Sonst hätte ich gefragt, gehen Sie noch zwei Legislaturperioden an meiner Seite aus. Das wäre die unhöfliche Variante gewesen. Aber es stimmt schon, was Karl Weitz sagt natürlich, dass wir immer am Sudern sagen, es ist eh immer so. Jetzt sitzt ihr einmal da und sagt, so könnte man es ändern. Und die Leute sagen, na ja, jetzt wird der Sprit da. Naja, und es herrscht so irgendwie das Bedürfnis, nur kann ich wollen. Also kann Wirbel machen, Ruhe geben. Das ist ein Grundbedürfnis, offenbar in Österreich. Wer kritisiert, ist entweder links oder überhaupt ein Krakeler, der nix recht ist. Aber dass man einen Kritiker ernst nimmt und sich vielleicht freut über Kritik und dass man beginnt nachzudenken, eigene Positionen infrage zu stellen, weil jemand es kritisiert hat, das ist zu intensiv, zu schwierig. Ja, wir berichten immer über die Stadt Wien und dann sagt die Stadt Wien, na ja, ihr müsst ja rechte Journalistin oder Journalisten sein. Dann sagen wir, nein, wir kritisieren die Stadt Wien, wenn wir die Stadt Wien so gern haben. Man möchte es gern erleben und so weiter. Und deswegen bin ich ein großer Kritiker von dem, was da falsch läuft. Ich glaube, dass man den Fehler nicht machen darf, dass man jegliche Sache immer persönlich nimmt, weil dann sollte man in der Politik eigentlich nicht arbeiten. Weil du hast ja sozusagen eine wirkliche Verantwortung. Du sitzt ja da nicht drin, um deine eigenen Interessen sozusagen durchzusetzen, sondern wenn man politische Ämter ernst nimmt, dann eigentlich das, wovon man überzeugt ist. Deshalb werde ich euch jetzt schocken und ich werde jetzt sagen, Andreas Hanger hat an einem Punkt recht. Das muss ich jetzt mal leider sagen. Er hat damit recht, dass, er hat an einem Punkt recht, die Inseraten... Das ist ein internationeller Cliffhanger, oder? Ja, genau. Die Inseraten, wir haben es ja schon fünfmal gesagt, die Inseratenkorruption in der Stadt Wien ist skandalös. Punkt. Und natürlich wird da zur Zeit nicht besonders begeistert gegraben. Natürlich müsste man eigentlich dann die Parallelrecherchen betreiben. Und wir schauen schon zur Zeit ganz gerne in eine Richtung, mit gutem Grund. Und, aber... Wobei, ich würde tatsächlich bitten zu differenzieren wahrscheinlich, weil es ist beides Steuergeldverschwendung. Ich wollte es nicht vergleichen, ich habe nur gesagt, man muss auch da nachgucken. Aber der Punkt scheint mir der zu sein, der Wahnsinn besteht ja letztlich darin, dass ich mir als aufgeklärter Bürger, und ich bin immer nur als Bürger verstanden, im besten Sinn, in dieser Zeitung, und dann sehe ich ein Inserat meiner Stadt, das ich selbst bezahle, wo drinsteht, lade dir jetzt die Zu-Fuß-G-App der Stadt Wien herunter, weil dann bist du beim Zu-Fuß-Gehnglücklicher und du weißt, wie viele Kalorien du verbrennt hast, wenn du 300 Meter gegangen bist. Oder der Wiener Eislauftraum wird beworben, oder irgendwelche... Ich muss nicht bewerben, dass es das Gänseheifel gibt. Das ist, glaube ich, sowas wie Common Knowledge. Das ist sicher auch schon passiert. Natürlich, ich habe es ja gesagt. Und das regt mich dann ab, sozusagen. Das eine ist, ich gebe Geld her, damit Bericht erstattet wird. Das andere ist, ich pflege halt irgendwie alle damit Ruhe. Aber, Entschuldigung, Rudi, da sehe ich, also wenn das System Fellner, ein Inserat für Berichterstattung bei der Bundesregierung und bei der ÖVP im Bund funktioniert, dann wird das bei der SPÖ in der Stadt Wien genauso funktionieren. Natürlich, es funktioniert. Natürlich, es funktioniert auch bei Mobilfunk. Wenn man jetzt sagt, wer sind die besten drei Verfassungsrechtler des Landes? Und der Kollege Oehrlinger legt ein Kuvert hin und der Meier, nein, das ist der Meier Zweiter. Fix? Fix. Völlig zu Recht. Hätte er was zahlt. Aber jetzt soll niemand den Schluss daraus ziehen, es machen eh alle und daher kann man eh nichts machen. Also das würde ich mir da wünschen, dass das nicht überbleibt aus der Sendung. Nein, nein, nein. Das soll auch nicht der Sukus sein. Der Sukus ist tatsächlich der, den ich versuche immer wieder zu besprechen, klar, eine klare Analyse zu haben. Weil ohne Analyse kannst du in einer Gesellschaft gar nichts ändern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte an das und das erreichen, ja eh liab. Aber ich muss einmal schauen, unter was für Rahmenbedingungen ist das letztlich möglich. Ich will ja Journalismus haben, der nicht he said, she said, Journalismus betreibt, sondern der tatsächlich einordnet. Ob das jetzt eine bürgerliche oder eine linke Plotlinie ist, ist mir scheißegal. Ich kann ja bitte, wenn ich den Heribert Brandl liess und gleichzeitig irgendwas, gut, Welt ist immer ein grundsätzlich ein schlechtes Beispiel, aber selbst da kann ich sagen, okay, gut, jetzt weiß ich, wie dieser Teil unserer Gesellschaft denkt und finde ich das ein bisschen schräg oder finde ich es gut. Aber bei uns hast du diese Einordnung ja nicht einmal der Medien mehr. Das ist ja das Problem. Stimmt schon. Jetzt sind 50 Minuten um. Gibt es jetzt ein Schlusswort? Nein. Nein, die langen Version sehen Sie auf YouTube und wir kommen zum Schlussabell. So, jetzt können wir nämlich ein paar Minuten noch weiter reden. Jetzt kommt immer der spannende Teil, der kommt dann nur auf YouTube. Nein, ich glaube das tatsächlich, dass das Hauptproblem ist, auch das Medienverständnis. Ich habe unterrichtet an der FH, junge Journalisten, 40 Leute im Raum und sagt, nein, wer von euch will eigentlich wirklich Journalist werden? Und dann haben drei aufgezeigt. Dann sage ich, Tschüss, ihr seid 40, ihr studiert. Journalismus, neue Medien. Naja, gut, das hat ja keine Zukunft. Aber man kriegt halt schnell einen Bachelor oder was auch immer und da jetzt einordnen im Sinne von was machen die dann? Irgendein Haken werden sie schon finden, aber die arbeiten sicher nicht im Journalismus, sondern die werden dann irgendwo Grafiker in einem Unternehmen oder schreiben irgendwelche Newsletter. Ja, oder gehen in die PR. Oder gehen in die PR wie? Ich meine, das Missverhältnis zwischen PR-Industrie und Journalismus und so weiter wird ja auch immer größer. Und auch diese Inserate fällt in das selbe Problem, dass hier quasi mit Regierungs- oder mit öffentlichem Geld in Form von Inseraten politische PR gekauft wird, die sich dann quasi sogar auf die gekaufte Berichterstattung oder Berichterstattung auswirkt. Und letztlich gibt es dafür ja ein Wort Schleichwerbung. Und diese Schleichwerbung zieht sich auch durch alle österreichischen Zeitungen. Das findet man super. Na und Parteien im Übrigen. Weil wenn ich heute das Klimaticket hernehme, wo mir bis jetzt dort dreimaliger Nachfrage noch niemand erklären konnte, was jetzt der klimapolitische Effekt einer Preissenkung ist, eines Produktes, auf das ich ohnehin angewiesen bin, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fädle. Würde ich jetzt mal schon anders argumentieren, aber gut, weiter. Ne, alles. Selbst die ökosoziale Steuerreform. Wenn man mir erklärt, es gäbe eine ökosoziale Steuerreform, deren Inhalt ist, dass das die Dieselprivileg und die weitere Subventionierung fossiler Energien und damit CO2-Ausstoß gefördert wird und gleichzeitig die OMV durch die gleichzeitig stattfindende Körperschaftsteuersenkung der größte Gewinner ist mit 10 Millionen, dann würde ich sowohl öko als auch sozial wahrscheinlich ein wenig challengen wollen. Ich glaube, dass das unser Hauptproblem ist, dass wir nur mehr in Framings zugeschüttet werden und dass wir über die tatsächlichen Dinge gar nicht reden, oder? Das ist mir einfach viel zu allgemein. Also darüber habe ich breit sogar in den österreichischen Medien gelesen, dass die ökosoziale Steuerreform keine ökosoziale Steuerreform ist, dass die OMV am meisten profitiert und so weiter und so fort. Es gab ganz wenig positive Stimmen. Die Bundesregierung hat sich Mühe geben müssen, sogar Herr Kogler und Frau Gebessler haben sich Mühe geben müssen, überhaupt zu erklären, wie das ganze Ding funktioniert. Klimaticket ist ein bisschen was anderes, weil ich glaube, dass es einen psychologischen Effekt gibt, unabhängig von der Durchrechenbarkeit, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich habe es mir gestern gekauft, weil ich gedacht habe, oh super, ich fahre sowieso so viel Zug, dann muss ich nie wieder darüber nachdenken, ob ich irgendwo ein Ticket zahle. Vielleicht zahle ich 100 Euro drauf im Jahr, aber das ist es mir wert. Schluss. Es gibt einen Motivationsschub, es gibt einen psychologischen Schub und das ist Teil der Geschichte. Und dass die österreichischen Medien immer nichts können, ist schlicht nicht wahr. Ich lerne viel, ich lerne bei Fabian Schmidt viel, ich lerne bei Renate Graber viel, ich lerne... Die muss man ja loben. Und so weiter und so fort. Also ich will doch nur, es ist mühsam, alles in einen Topf zu hauen, aber ein bisschen vorsichtig muss man schon sein. Das Land geht nicht unter, auch nicht mit Herrn Kurz. Meier schaut sehr skeptisch. Was denken Sie? Nein, skeptisch. Also ich würde mich da nicht anschließen, würde ich das Gegenteil behaupten, ich weiß es nicht. Also ich würde auch nicht spekulieren. Was können wir tun, damit wir euch bei diesem Volksbegehren unterstützen? Außer immer wieder dazu aufzurufen. Ja, in den sozialen Medien vielleicht ein bisschen stärker. teilen. Wäre wichtig. Man holt sich da ein bisschen mit eigentlich. Mit Dossier. Nein, bisher nicht. Ja, weil es auch Zeit herrscht. Ihr habt so ein ähnliches Anliegen eigentlich. Das ist ja richtig, ich werde es auch unterschreiben. Ja, und auch die Abonnenten vielleicht. Ja, dazu was. Weil wir sind jetzt beides Akteure der Zivilgesellschaft. Du müsst zusammen was tun. Also ich glaube, die Stadtbevölkerung, an die sind wir herangekommen. Bei der Jugend bin ich nicht so sicher. Auch bei den Studierenden nicht. Und am Land, ich war vor kurzem in einem Bundesland, Kärnten, und da haben gesagt, die Korruption, das ist ja ein Problem in Wien, das haben wir ja nicht bei uns. Da hat der Richter gesagt, aber ich habe verurteilt von sechs Landesregierungsmitgliedern vier zu einer Freiheitsstrafe wegen Korruption. Also. Alles schon wieder so weit weg, genau. Leute, ich muss leider arbeiten gehen. Wir müssen auch was arbeiten gehen. Das ist die langen Version schon vorbei, meine Damen und Herren, weil die Vortal wird als natürlich. Das ist klar, wir sind die Katholiken, die deutschen Protestanten sind so. Ich muss auch die Experten machen. Protestanten sind so arbeitswillig natürlich. Mayer, Skrabbel und ich hauen uns jetzt mindestens einen Doppel hinein, bevor wir alle mit dem eigenen Auto über Gender Budgeting möchte ich gerne jetzt sagen. Gender Budgeting. Gut, da können wir wirklich noch sitzen bleiben ein bisschen. Ihr könnt sitzen in der ingrischen Bank. Meine Damen und Herren, ich sage Danke an die Damen. Jetzt weiß ich, wie haben wir vorher schon ein bisschen plaudert, meine Damen und Herren, wäre ich die Kathrin Kalb wirklich lange verheirrt. Das ist so für mich die nächste Generation nach Anneliese Rohrer in der Einordnung. Sozusagen wirklich, das ist eine Liga für mich, die großen Damen des Journalismus. Gibt es ja so wenige. Florian, wir wohnen ja fast nimmern an. Das Büro und so weiter und das Dossier ist ein Anliegen, das man gar nicht genug fördern kann. Ihr habt ja eine schwierige Phase gehabt und dann ein Krautverhandel gemacht, das durch die Decken gegangen ist. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass diese Begeisterung und Verbundenheit anhält. Herr Professor, Sie haben ja schon unzählige Beiträge geleistet und ich glaube tatsächlich, dass jetzt der Zeitpunkt wäre, wo man eigentlich sagen muss dem Volk, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe an die Korruptions- und Parteienfinanzierungsgesetz, das so streng ist, dass wenn es nochmal passieren würde, Sebastian Kurz und Elisabeth Kösting im Häfen sitzen würden. Und da würde ich sehr, sehr viel dafür tun, damit wir das gemeinsam umsetzen, muss ich ehrlich sagen. Weil es reicht einfach. Ja. It's over. Vielleicht sollten wir den in den Ohr strecken ein bisschen. Schau? Ja. Er ist Rockenroller, er ist Rockenroller. Meine Damen und Herren, Bleibens gesund. Danke. Wiederschauen.